KOKAIN Alle in Unterwäsche wie sie KOKAIN machen Was kann ich jetzt hier so eigentlich machen? Mhm Die Asche ist gut Hast du gehört? Zwölf Stunden Jo Kurze Pipi Ah, ich bin hier Ich bin hier Ich bin hier Der Warum? So viel habe ich da gar nicht. Oh ja. Unternehmen verlassen. 3,17 Kilometer. Und da ist er gegangen, ohne was zu sagen. Wunderschön. Ich bin gerade auf dem Highway auf dem Weg zu dem komischen Ding. Ding. Das sieht völlig falsch aus auf dem Motorrad. Ach da ist er im Dunkel. Jesus. Ich bin gerade auf dem Weg zu dem Weg zu dem Weg zu dem Weg. Ich bin gerade auf dem Weg zu dem Weg zu dem Weg zu dem Weg zu dem Weg. Ich bin gerade auf dem Weg zu dem Weg zu dem Weg. Nice. Du hast keinen Zugriff auf den Schießstein? Mhm. Ach so. Ja dann ist klar. Nur der Besitzer kann er mir schreiben. Ich bin gerade auf dem Weg zu 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 dem Weg. Wo ist die? Beziehungsweise was bringt die so? Ich weiß wie es ausschaut, aber ich weiß jetzt nicht. Was kann man damit anfangen? Zu viel Geld für das Ding? Oder wie? Einstecken. So. 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 Hast du mit Werkstatt oder? So. 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 die coins gekauft kein market oder was kein market cap any koinny koin dort koin andy koin direct punkt eu wird keins kauf da muss man sich erst mal registrieren oder mann ich will doch nicht aus dem bunker raus hauptsache da ist einfach ach hier ist ja noch unausgebaut da kann man ja viele viele sachen machen hier hinten ist ein leerer raum hier ist alles leer ja weiß ich nicht, ich müsste es tun schauen das einzige was hier steht ist das test not modifizierten fahrzeug also hier hinten ist nichts ausgebaut bei mir ist hier nichts ausgebaut muss man seinen monat angeben bei sowas mache ich das sowieso normalerweise da wo dein moped steht bitte benutzen hier ihr eigenes bankkonto nein da wo dein moped leuer ist bin ich gerade moped leuer da wo es im ausgang geht und da hier hinten weiter hier hinten ist alles leer ach soo ach soo ich dachte man ich dachte man könnte damit was bauen oder so noch was rein ich habe keinen sämme wahrscheinlich scheiße der dude da hinter uns nervt mich was macht der da ich steige hin nein ich hoffe du tötest mich nicht dann bin ich nämlich traurig hallo oh der mhm mhm fährst du schon? krieg ich das mit hier? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.